Heute drehe ich die Sichtweite hoch bis auf 264 Chunks, also weit über dem Limit von dem normalen Minecraft, wie wir es kennen. Aber fangen wir erstmal bei 2 Chunks an. Tja, gibt halt nicht viel zu sehen, buchstäblich. Als nächstes gehen wir auf 10 Chunks und man muss sagen, das sieht schon um einiges besser aus. Und man muss sagen, das sollte eigentlich bei jedem Standard sein. Als nächstes haben wir 20 Chunks. Hier kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Man kann weit genug sehen und zum Spielen reicht's. Bevor wir zu 264 Chunks kommen, zeige ich euch nochmal 32. Was soll ich sagen, man sieht halt ein bisschen mehr als bei 20. Und als letztes 264 Chunks. Man sieht so unglaublich weit, dass man mehrere Biome auf einmal sehen kann. Aber wenn man nicht gerade auf einem hohen Berg steht, kann man das alles eh nicht sehen.